Hi, hier ist Kira von dem YouTube-Kanal Ballett mit Kira und in diesem Video erzähle ich euch, welche Dinge ich gelernt habe aus 10 Jahren Ballett. Ich bin jetzt gerade vor kurzem 27 geworden und ich habe mit 17 oder vielleicht auch mit Ende 16, das weiß ich nicht mehr so genau, da habe ich mit Ballett angefangen, das heißt ich habe spät damit angefangen als Jugendliche bzw. fast schon junge Erwachsene und wollte mit euch mal ein paar Sachen teilen, die ich jetzt gelernt habe in den 10 Jahren, wo ich Ballett gemacht habe und ich immer noch Ballett mache und vielleicht kann ich euch so ein bisschen motivieren, wenn ihr euch überlegt, jetzt mit Ballett anzufangen als Erwachsene oder vielleicht habt ihr schon mit Ballett angefangen und fühlt euch so ein bisschen, ja, braucht ein bisschen Motivation auf dem Weg, dafür ist dieses Video da, ich möchte mich einfach ein bisschen mit euch unterhalten, also holt euch gerne was zu trinken und lehnt euch zurück. Also das Erste, was ich gelernt habe oder das, was ich am wichtigsten finde, was ich in den 10 Jahren gelernt habe, ist, dass man seinen eigenen Weg finden muss und nicht in diesem, was ja in der Ballettwelt sehr propagiert wird, diesem einen Karriereweg irgendwie nachtrauern muss. Also gerade als ich Ballett angefangen habe und gemerkt habe, dass mir das viel Spaß macht und ich auch ein Talent dafür habe, das, was ich vorher gemacht habe, an sportlichen Aktivitäten mir auch viel gebracht hat, da war ich so ein bisschen am überlegen, soll ich vielleicht doch professionelle Tänzerin werden? Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Da könnte ich ein eigenes Video drüber drehen, warum ich froh bin, dass ich nicht professionelle Tänzerin, also den Weg zur professionellen Tänzerin eingeschlagen habe. Aber was ich euch auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, findet euren eigenen Weg. Ich bin auch immer noch dabei, meinen eigenen Weg zu finden, aber es ist auf jeden Fall nicht nötig, diesen Weg, professionelle Ballerina zu werden und mit drei anzufangen und sein halbes Leben oder eigentlich sein ganzes Leben mit Tanzen zu verbringen. Dem muss man nicht dachtrauen. Denn zum einen habe ich auch viel hier tatsächlich durch YouTube, auch ein bisschen durch meine Ballettlehrerinnen oder durch meine Workshops im professionellen Umfeld erfahren, dass diese Ballettwelt gar nicht so toll ist für professionelle Tänzerinnen und Tänzer. Weil erstmal ist der Druck enorm hoch, also das, was an den Körper gestellt wird, die Anforderungen, aber auch an den Geist, an die Leistungsfähigkeit und das fast schon erwartet wird, immer an die Grenze zu gehen oder über die Grenze zu gehen, das ist schon sehr heftig. Und man hat natürlich als Tänzerin keine, wie soll ich sagen, Entscheidungsfreiheit darüber, was man tanzt. Und ich bin jemand, ich bin dann irgendwie sehr, ich sag mal, konventionell eingestellt oder konversativ eingestellt. Das heißt, was ich toll finde am Ballett, sind wirklich die ganz klassischen, also Schwanseh, Nussknörker, sowas in die Richtung. Und bei vielen modernen Kompanien oder bei vielen Ballettkompanien generell wird momentan sehr viel modernes Ballett getanzt. Das heißt, also gerade auch zum Beispiel bei mir in der Umgebung gibt es auch gar keine Kompanie, die sich irgendwie auf die klassischen Ballette, also auf die, ne, die, ja, alt, also ich will nicht sagen altmondisch, aber ihr wisst, was ich meine. Also wie gesagt, Schwanseh, Nussknörker und sowas. In meiner Umgebung gibt es gar keine Kompanie, die das noch macht. Das ist sehr viel Modernes, wo ich sagen muss, das gefällt mir persönlich gar nicht so gut und hätte ich jetzt den ganzen Weg auf mich genommen, Tänzerin zu werden, weil ich hätte, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich nicht genommen werden würde, allein weil ich klein bin und zusätzlich auch noch kurvig bin, ne, also nicht dieses typische flache Oberweite und schmale Hüfte, das habe ich einfach nicht und gerade in der klassischen Ballettkompanie wird es einfach gewünscht. Aber selbst wenn ich da irgendwie reingeschafft hätte in der Ballettkompanie, hätte ich wahrscheinlich Sachen getanzt, die mir gar nicht gefallen würden. Und das, glaube ich, wäre was, was ich richtig bereut hätte. Also deswegen findet euren Eigenweg. Ich bin gerade dabei, meinen eigenen Weg zu finden oder ich habe das Gefühl, auf meinem eigenen Weg zu sein, sage ich es mal so. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich nicht, also ich tanze gerne und ich möchte auch tanzen, auch auf der Bühne und so, aber ich möchte auch darüber entscheiden können, was getanzt wird. Und das hat dann eben gar nichts damit zu tun, dass man professionelle Tänzerin ist oder sogar im Gegenteil, wie ich eben erzählt habe, hat man als professionelle Tänzerin sogar noch weniger Entscheidungsfreiheit und muss einfach im Prinzip dahin gehen, wo man halt genommen wird, weil der Arbeitsmarkt, die Konkurrenz ist immens und wie gesagt, das ist auch eine sehr stressige Situation für Körper und Geist und mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit. Ich bin einfach froh, dass ich nicht in die Richtung gegangen bin und ich fühle mich hier als Hobby-Tänzerin, Amateur-Tänzerin und Lehrerin einfach sehr wohl. und ich wünschte, ich könnte meinem Jungen selbst, also vor, ich sage mal, acht Jahren, sieben Jahren, also am Anfang, als ich Ballett angefangen habe, ich wünsche, ich könnte zu ihr gehen und sagen, hör zu, du brauchst nicht traurig zu sein, dass du nicht schon früher mit Ballett angefangen hast. Da, wo du jetzt bist, ist genau richtig und du wirst auf jeden Fall deinen Weg finden und du wirst da viel mehr Spaß haben, als du hättest, wenn du professionelle Tänzerin werden würdest. Ja, also das, genau, einfach vielleicht auch für euch als Motivation, weil egal, wann man einen fängt, weil damit ist auch dieses Ganze, ist es jetzt zu spät, mit Ballett anzufangen oder bin ich vielleicht nicht flexibel genug, um mit Ballett anzufangen oder wiege ich vielleicht zu viel, um mit Ballett anzufangen. Diese ganze Thematik erübrigt sich, weil das hat damit gar nichts zu tun, ja. Also, wenn ich jetzt für mich sage, ich möchte, wie ich jetzt, ich möchte tanzen, ich möchte Unterricht nehmen, dann, ja, solange man nicht damit seine Brötchen bezahlen muss, hat das wirklich gar keine Relevanz. Also, das ist auch was, was ich gelernt habe, dass, da gab es immer so Phasen, ich hatte am Anfang eine Phase, wo ich gedacht habe, ach nee, fürs Ballett werde ich nie irgendwie den Wunsch haben, Gewicht zu verlieren oder irgendwie schmaler zu sein oder was weiß ich was. Das kam dann so ein bisschen unterbewusst schon hinzu, muss ich sagen. Also, das ist halt einfach, ja, vielleicht so als Tipp, vergleicht euch nicht zu sehr mit den professionellen Ballerinas, die man auf YouTube zum Beispiel sieht oder halt auch im Theater. Ich meine, bei den moderneren Kompanien, da gibt es auch welche, die ein bisschen, ich sage mal, breitere Oberschenkel haben, die auch mal Oberweite haben und Hüfte haben. Aber wenn man sich so die Top-Ballett-Kompanien anguckt, zum Beispiel in London das Royal Ballet oder ich habe zum Beispiel letztens auch ein schönes Video von dem Het Nationale Ballet, also in Holland gesehen, das war auch sehr schön. Aber diese Top-Kompanien, da haben die Tänzerinnen eigentlich immer diese typische Ballerina-Figur, also kaum Oberweite, sehr lang, sehr schmal, schmale Hüften, lange Beine, auch schlanke Beine, schlanke, lange Arme oder Gliedmaßen. Und die Wahrheit ist nun mal, dass sehr wenige Menschen so aussehen. Und dann gibt es halt diese Schnittmenge, Menschen, die so aussehen und Menschen, die gut im Ballett sind und sehr gut im Ballett sind, die kommen dann in diese Kompanien rein. Aber das ist halt für den Normalo-Menschen total unerreichbar. Also ich hatte sogar mal eine Phase, da habe ich nicht fürs Ballett, aber einfach, weil es mir generell nicht so gut ging, relativ viel an Gewicht verloren und war tatsächlich an der Grenze zum Untergewicht. Also es war noch okay, aber hätte ich noch ein, zwei Kilo abgenommen, dann wäre ich untergewichtig gewesen. Und ich habe immer gedacht, so als eine Balletttänzerin, weil ich fühle mich schon so ein bisschen als Tänzerin, deswegen auch mein Shirt heute. Ich habe immer so gedacht, als Balletttänzerin müsste man ja auch diesen Körper repräsentieren. Und als ich so wenig gewogen habe, habe ich das aber nicht. Das ist, ich meine, ja, du wirst ein bisschen, oder ich wurde ein bisschen schmaler, aber manche Sachen kann ich nicht verändern. Meine Größe kann ich nicht verändern. Meine Oberschenkel haben gar nichts gemacht. Die sind genauso wie jetzt, wo ich 10 Kilo mehr wiege. Aber ich will jetzt hier gar nicht so viele, die in die Gewichts- oder Kilos rein, weil das ist ja auch nicht so gut. Was ich aber sagen will ist, ich habe immer gedacht, ja, wenn ich Gewicht verliere, irgendwann habe ich diesen Ballerina-Körper, so auf die Art, wenn ich nur genug Gewicht verliere. Und das ist aber nicht so. Ich habe einfach eine gewisse Genetik und da komme ich auch nicht raus. Und das ist auch was, was ich gar nicht brauche. Und für mich war es irgendwie wichtig, auch mal diese Erfahrung gemacht zu haben. Und mal so von wegen, ich habe mal so viel Gewicht verloren. Das hat aber gar nichts gebracht. Erstens war ich zu der Zeit auch so, wie soll ich sagen, unterversorgt, dass ich im Tanzen gar nicht gut mitmachen konnte, weil ich einfach nicht die Energie hatte. meine, wie soll ich sagen, Bekannten, meine Freunde, die haben zu mir sogar eher gesagt, ich sehe abgemagert aus. Und den Ballerina-Körper hatte ich auch nicht. Also das bringt überhaupt nichts, ist, was ich gelernt habe. Es bringt überhaupt nichts, wenn man Ballett tanzt, sich irgendwie über seinen Körper aufzuregen, damit auseinanderzusetzen, von wegen, ja, das müsste ich ändern, um eher eine Ballerina zu sein, weil das ist einfach nicht so. Manche Sachen kann man nicht ändern. Und wie gesagt, nochmal zu meinem ersten Punkt, wenn man nicht professionelle Tänzerin sein möchte und darauf angewiesen ist, dass irgendeiner in einer Kompanie dich haben möchte und deinen Körper gut so findet, dann ist es einfach wirklich egal. Also das, ich wiege jetzt, glaube ich, also ich möchte keine Kilos sagen, nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, ne, also das sollte man ja sowieso nicht machen, aber ich habe jetzt das Gewicht, was ich, sozusagen das meiste, was ich je hatte und ich fühle mich einfach am besten. Ich bin immer noch im Normalgewicht, ja, aber das, ähm, ja, ich habe mal ein bisschen weniger gewogen, habe gedacht, oh nein, ich darf auf keinen Fall abnehmen, ja, auf keinen Fall zunehmen, weil dann bin ich ja nicht mehr hübsch, aber ich fühle mich jetzt am besten, ich kann richtig gut im Ballett mitmachen und das ist, wie gesagt, etwas, was ich gelernt habe. Es kommt überhaupt nicht darauf an, wenn man Ballett tanzen möchte, wie viel man wiegt oder wie genau der Körper aussieht. Man muss lernen, mit seinem Körper umzugehen und das ist auch was, was ich gelernt habe. Ich kann nicht von meinem Körper erwarten, dass ich ihn genauso benutzen kann, wie irgendjemand anders, das, den ich auf YouTube sehe oder der neben mir im Tanzstudio steht, sondern ich muss für mich selber herausfinden, wie ich mit meinem Körper umgehen muss. Ich zum Beispiel habe keine gute Auswärts, nur das bedeutet, dass es bei mir nichts bringt oder es sogar noch schädlich wäre, wenn ich versuchen würde, bei einem Developé zum Beispiel, also wenn ich mein Bein in der Luft habe, das wirklich komplett zur Seite zu haben, weil diese Auswärts habe ich einfach nicht. Ich muss wissen, mir muss Bewusstsein, ich mache mein Developé. Das ist zwar seitlich, also à la seconde, aber das ist eben ein bisschen weiter nach vorne und vielleicht sogar weiter nach vorne als alle anderen bei mir im Ballettkurs. Und es ist auch gut, dass ich damit arbeite und dass ich vor allem weiß, wo mein Auswärts ist. Also das ist gerade bei Auswärts ein großes Thema, weil ich habe immer gedacht, das Ziel ist, so weit die Füße auswärts zu drehen, wie es geht, so eine größtmögliche Auswärtsdrehung in der Hüfte zu haben, eine größtmögliche Öffnung. Und in manchen Ballettschulen wird das auch so beigebracht. Also ich war mal bei einem Sommerworkshop, auch im eher professionell, oder ich sage mal so vorprofessionell, also pre-professional, in so einer Umgebung. Also da waren auch einige dabei, die eine Ausbildung zur Tänzerin gemacht haben. Und da hatte ich eine russische Lehrerin und die hat tatsächlich von mir erwartet, dass ich die fünfte Position wirklich, so wie man das kennt, vielleicht, wenn man es vielleicht mal auf Instagram oder YouTube gesehen hat, also wirklich die Fußzehen berühren die Ferse von dem anderen Fuß. Und damals habe ich das einfach gemacht. Ja, das ist jetzt auch schon sechs Jahre her oder so, also war noch relativ am Anfang sogar. Aber das ist total schädlich, ja. Also zum Beispiel, ich bin ja auch nach dem Lehrplan der Royal Academy of Dance unterrichtet worden, werde danach auch noch unterrichtet und gebe auch Unterricht. Und da wird, finde ich, eher darauf geachtet, dass man die auswärts findet, die für seinen Körper gut ist. Das heißt nicht, dass man aufhören sollte, daran zu arbeiten, aber man kann eine auswärts finden, mit der man dann auch die, soll ich sagen, die Bewegung unterstützen kann. Weil die Auswärts ist ja unter anderem auch dazu da, dass man zum Beispiel das Bein überhaupt so hoch kriegt, weil man eben die Gelenke so drehen muss, dass der Platz da ist, um das Bein nach oben zu machen. Und wenn ich diese, wie soll ich sagen, diesen richtigen Punkt, diese richtige Ausrichtung finde, dann kann ich mir selbst, kann ich meinem Körper dabei helfen, auch noch höher zu kommen oder stabiler zu sein. Und das ist wirklich etwas sehr Wichtiges. Also, dass ich gelernt habe, mit meinem eigenen Körper umzugehen oder dass auch mein Ziel sein sollte, in Ballettunterricht zu lernen, wie ich mit meinem eigenen Körper umgehen kann und nicht unbedingt irgendjemand anderen, sei es meine Lehrerin, sei es meine Mitschülerin neben mir oder irgendjemanden auf YouTube zu kopieren, weil das bringt nichts. Jeder hat einen anderen Körper. Und bevor ich irgendwie anfange, was nachzumachen, was meinem Körper schadet, sollte ich lieber lernen, auf meinen Körper zu hören und zu schauen, dass ich mit ihm arbeiten kann und nicht gegen ihn. Das ist, das habe ich wahrscheinlich schon ein paar Mal auf YouTube gesagt, das ist ja etwas, was einem im Ballett fast beigebracht wird, dass man gegen den Körper arbeitet, dass man immer mehr von ihm verlangt. Aber man muss schauen, dass man mit dem Körper arbeitet, innerhalb der Grenzen bleibt, die Grenzen respektiert, den Grenzen vertraut. Und dann werdet ihr irgendwann feststellen, also ich habe es zumindest festgestellt, dass dann das Tanzen auch richtig gut wird. Also erstmal bekommt man durch die richtige Ausrichtung viel mehr Stabilität. Man kann sich auch viel mehr auf die anderen Sachen konzentrieren, weil man nicht in so einer verkrampften Haltung ist. Und ich habe das Gefühl, man verbessert sich auch viel schneller, weil man eben am richtigen Punkt ansetzt und nicht irgendwas anderes macht, zu viel auswärts macht und dadurch dann auch die anderen Muskeln beansprucht. Also das ist etwas, was sich lohnt, viel Zeit zu investieren, seinen eigenen Körper kennenzulernen und zu wissen, wie man damit arbeitet, aber auch, wo die Grenzen liegen. Also das ist auch etwas, was ich gelernt habe, die Grenzen zu respektieren und auch den Grenzen soweit zu vertrauen. Also gerade am Anfang war ich dabei, zum Beispiel was Dehnen angeht. Das ist ein sehr großes Thema. Ich habe auch tatsächlich bei der letzten Aufführung mich mal wieder ein bisschen überdehnt, weil ich ein bisschen zu kalt war und mich nicht genug warm gemacht habe, bevor ich auf der Bühne war. Aber da gerade beim Dehnen kann man sehr schnell denken, mehr ist gleich besser. Und das heißt, wenn ich viel dehne, sehr stark in die Dehnung reingehe und viel Schmerzen habe, dann ist es ja besser, weil dadurch kriege ich ja eine bessere Rage of Motion, also eine bessere Dehnung einfach und komme vielleicht schneller in den Spagat oder wo auch immer ich rein will. Und das ist aber halt leider nicht so. Also gerade beim Dehnen sollte man wirklich darauf achten, dass man seine Grenzen respektiert und denen auch vertraut. Weil ich habe das leider schon öfters gehabt, gerade am Anfang, dass ich zu weit in eine Dehnung gegangen bin und mir dann tatsächlich für mehrere Monate irgendwas gezerrt hatte. Und das ist halt nicht so toll, weil erstens ist es wahrscheinlich für den Körper nicht gesund, der muss es ja erstmal wieder heilen. Und natürlich behindert es einen auch ein bisschen beim Training. Man muss darauf achten, wenn man Ballett macht, zum Beispiel bei Corn Bad Mors, also wenn man die Beine so in die Luft schlägt, nach vorne, zur Seite oder nach hinten, da habe ich halt eine Zerrung momentan hier so ein bisschen in der rechten Hüfte. Es ist schon viel besser geworden, also ich glaube, mittlerweile ist es fast weg. Aber da muss ich natürlich darauf achten, wenn ich da eine Zerrung habe, kann ich nicht, so wie vor der Zerrung, einfach in die Übung reingehen und meine volle, wie soll ich sagen, Range of Motion, sage ich immer, was ist das auf Deutsch? Meine volle Beweglichkeit kann ich da nicht abrufen, weil wenn ich das mache und einfach mein Bein da rein drücke oder rein den Impuls gebe, dann kann das, also erstens tut es weh und zweitens kann das einfach die Zerrung noch schlimmer machen. Deswegen immer die eigenen Grenzen respektieren. Das macht auch keinen Spaß irgendwann. Also wenn man das Gefühl hat, dass man ständig an seiner Leistungsgrenze, an seiner Schmerzgrenze arbeitet, dann ist das einfach keine, wir sagen keine angenehme Arbeitsweise. Dann hat man immer das Gefühl, erstens ist man frustriert, weil man ja immer das Gefühl hat, okay, ich muss weiter nach oben, deswegen bin ich ja an meiner Grenze und es ist noch nicht gut genug, wo ich bin und es ist auch für den Körper nicht gut. Also was ich zum Beispiel bei mir als Lehrerin in meinem Training mache, ist, dass ich schon ab und zu mal schwierigere Übungen mache, also nicht so unbedingt, was Dehnung angeht, aber auch was Technik angeht, dass ich mal ab und zu mal ein paar schwierigere Übungen einstreue, die eigentlich schwieriger sind, als das momentane Niveau. Aber dann kann ich so ein bisschen schauen, wie schlagen sich die Schülerinnen, habe ich die vielleicht unterschätzt, das passiert, habe ich die vielleicht überschätzt oder ich würde eher sagen, dass ich die Übung unterschätzt habe und gedacht habe, die ist vielleicht viel einfacher, als sie eigentlich ist. Und dann, wenn ich das weiß, gehe ich aber wieder zurück und wenn es jetzt um eine bestimmte Übung geht, schaue ich, dass ich an die Grenze gehe, ich habe meine Information, wo die Schülerinnen stehen und dann kann ich zurückgehen auf ein Niveau, wo angenehm ist. Das ist praktisch schon ein bisschen aus der Komfortzone raus, das ist was Neues, die Leute müssen sich anstrengen, die müssen nachdenken, die müssen ihren Körper auf neue Bewegungsablaufe einstimmen, aber es ist auch nicht an der Grenze, weil ständig an der Grenze zu arbeiten ist nicht gut, ständig in der Komfortzone zu arbeiten ist nicht gut, weil dann wird man nicht besser. Also da eine Balance zu finden, ist wie meiner Meinung nach überall im Leben immer gut. Und noch eine ganz wichtige Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man nicht erwarten kann, dass die Motivation vom Anfang immer gleich bleibt. Also was ich damit sagen will, als ich Ballett angefangen habe, war ich total fasziniert von diesem Sport beziehungsweise dieser Kunstform. Ich habe mir Schwanseh auf YouTube angeguckt, ich habe mir ganz viele Tutorials angeguckt auf YouTube oder Ausschnitte aus irgendwelchen Tänzen. Ich habe mir sogar zwei Bücher über Ballett gekauft. Also das war Ballett für Dummies und die Kunst des klassischen Tanzes, das heißt das glaube ich, von Vaganova und habe mich da ganz viel informiert. Ich war total begeistert. Ich habe ja auch diesen YouTube-Kanal tatsächlich angefangen. Ich glaube auch, das war im ersten Jahr noch, wo ich Ballett angefangen habe, einfach weil ich das so toll fand, weil ich so motiviert war, so inspiriert war, dass das irgendwie raus musste und ich mich ganz viel auch damit beschäftigen musste. Und das ist auch auf jeden Fall gut, wenn man diese Motivation hat. Ja, also wenn ihr euch überlegt, mit Ballett anzufangen und ihr merkt, oder mit irgendwas anderem und ihr merkt, dass ihr einfach viel in eurer Freizeit immer wieder zu diesem Thema zurückkommt und euch damit auseinandersetzt, auf YouTube schaut oder sonst was, dann fangt damit einfach an. Ihr könnt nichts verlieren. Aber was auch ganz wichtig ist zu wissen, was ich wie gesagt jetzt aus meinen zehn Jahren Ballett gelernt habe, diese Motivation wird irgendwann weniger werden und das ist ganz normal und das heißt auch nicht, dass man jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, dass einem das peinlich sein muss oder dass man das als persönliches Versagen irgendwie auffassen muss, sondern das ist ganz normal. Also gerade am Anfang habe ich sehr viel auch für mich zu Hause gemacht und habe da noch Übungen gemacht, Tutorials auf YouTube nachgemacht und sonst irgendwas. Und das hat auch dazu beigetragen, dass ich auch ziemlich schnell besser wurde und ein paar Klassen, wie soll ich sagen, überspringen konnte, also dass ich relativ schnell auch nicht mehr in der jugendliche oder erwachsene Anfängerstunde war, sondern in der normalen Royal Academy of Dance Lehrplanstunde. Aber diese Motivation hat auch ihre Höhen und Tiefen gehabt. und das ist ganz normal. Wie gesagt, das ist nichts, wo man jetzt irgendwie oder wo ich zumindest jetzt nicht das Gefühl hatte, oh nein, das ist jetzt irgendwas, was zeigt, dass Ballett doch nicht das Richtige ist für mich. Also ich hatte auch eine Phase, wo, wie gesagt, wo es mir nicht so gut ging, wo ich auch einfach nicht trainieren konnte, wo ich nicht trainieren durfte und das war so ein halbes Jahr oder vier Monate so in dem Training und ich war auch ganz froh, muss ich sagen, in dem Moment, dass ich da nicht trainieren konnte, weil das hätte mir sowieso keinen Spaß gemacht, weil ich halt, wie gesagt, gar nicht richtig hätte trainieren können und hätte der Arzt nicht gesagt, ich soll nicht trainieren gehen, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht und mich dann im Endeffekt geärgert, weil ich immer frustriert gewesen wäre, weil ich es einfach nicht gut geglaubt hätte. Aber nach der Zeit war es schwierig, wieder reinzukommen und ich bin wieder reingekommen und das ist auch gut. Also mittlerweile, ne, habe ich das alles wieder aufgeholt, aber es ist nicht, wofür man sich irgendwie schämen muss. Also ich habe es wieder aufgeholt, natürlich hat es ein bisschen gedauert, aber es gibt einfach so Momente. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich brauche meine Routine. Das heißt, ich habe jeden Mittwoch und Dienstag Ballettstunde und dann gehe ich da auch immer hin und wenn ich mal nicht so viel Lust habe, dann gehe ich trotzdem hin. So, und wenn ich bin nicht, und das mache ich dann auch immer und wenn ich wenig Motivation habe, gehe ich trotzdem hin und, keine Ahnung, habe halt einfach nicht so viel Motivation im Training oder sonst was und wenn ich viel Motivation habe, mache ich mich vorher schön warm, dehne mich dann am Ende nochmal und mache noch was zu Hause und das ist aber für mich wichtig, dass ich so diese Routine habe und immer trotzdem hingehe, auch wenn ich nicht so viel Motivation habe. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe aus irgendwelchen Gründen keine Lust, keine Zeit oder einfach nicht die Möglichkeit, vielleicht auch finanziell momentan ins Ballett zu gehen und das ist vollkommen okay und das ist auch vollkommen normal und man braucht da auch nicht die Angst haben, dass man jetzt irgendwas verpasst oder dass man irgendwie schlecht ist und vor allem nicht, dass man sich selber pushen sollte, das trotzdem zu machen, auch wenn man merkt, dass es einem wirklich nicht gut tut. Ich meine klar, so ein bisschen innerer Schweinehund kann immer mal da sein und wie gesagt, für mich bringt dieses Routine einfach auch viel, dass ich da trotzdem immer hingehe, aber wenn ihr mal merkt, dass eure Motivation nicht so hoch ist und ihr vielleicht einfach mal für ein paar Monate nicht ins Training kommen könnt oder nichts machen wollt oder vielleicht habt ihr immer noch Übungen für euch zu Hause gemacht und dann macht ihr die auf einmal nicht mehr, das ist überhaupt kein Ding. Also man braucht da gar keine Angst zu haben, dass man dadurch irgendwie sein Training vernachlässigt, sich vernachlässigt oder ein Versager ist oder sonst was. Also ich war da auch schon. Ich habe auch schon gedacht, oh nein, jetzt musst du aber Pirouetten ganz viel üben, hohe Beine trainieren, außerdem musst du Spitze wieder ganz viel zu Hause machen und ich habe für mich festgestellt, wenn ich einfach mit dem Flow gehe, also meiner Motivation einfach folge, dann bringt das viel mehr, als wenn ich mich dazu zwinge, immer diese Leistung aufrecht zu erhalten, egal wie es mir geht. Also ich habe jetzt zum Beispiel im Moment mache ich tatsächlich gar nicht so viel, liegt auch daran, weil wir hatten erst eine Aufführung, wir haben sowieso nur alle zwei, drei Jahre eine Aufführung, jetzt durch Corona, so wäre noch ein bisschen länger her. Ich habe auch keine Prüfung und deswegen, also wir machen ja Royal Academy of Dance, die Prüfungen und ich habe dieses Jahr auch keine Prüfung mehr und deswegen mache ich momentan eigentlich so gut wie gar nichts zu Hause und es ist auch vollkommen okay. Es wird wieder Phasen geben, wo ich mehr Motivation habe, das weiß ich, das wird so sein, die Erfahrung habe ich ganz oft gemacht. Also hier einfach mit dem aktuellen Energielevel mitgehen, auf sich selbst hören und so ein bisschen wieder Punkt davor, die Grenzen kennen, auf die Grenzen vertrauen, das ist wichtig. Und so eine Balance zu finden zwischen nicht zu sehr bequem zu sein, also auch mal den Schweinehund zu überwinden, aber auch sich nicht zu sehr an die Grenze bringen zu wollen und nicht zu sehr sich ja in irgendwas reinpushen zu wollen, was dann eigentlich nur noch frustriert und gar keinen Spaß mehr macht. Und damit komme ich zum allerletzten Punkt, den ich in zehn Jahren Ballett gelernt habe oder der mir gerade einfällt, weil wahrscheinlich sind es noch ganz viele mehr und der ist, dass es Spaß macht und dass es auch Spaß machen soll. Das klingt vielleicht erstmal ganz natürlich, weil warum sollte ich mein Hobby, meine Freizeit mit etwas verbringen, was mir dann gar keinen Spaß macht. Aber wie ich vorhin gesagt habe, ich bin so ein Routine-Mensch und bei mir kann es dann passieren, dass, weil ich jetzt vor zehn Jahren oder zehn Jahre lang gesagt habe, ich habe immer dann und dann Ballett, dann mache ich das einfach immer und immer wieder, Woche für Woche und dann merke ich gar nicht, wann es eigentlich keinen Spaß mehr macht und dann ist es blöd. Ja, aber tatsächlich ist es wichtig, dass es auch Spaß macht und wenn man merkt, dass einem nicht so viel Spaß macht, sollte man sich überlegen, warum. Wie gesagt, es gibt Phasen, da hat man nicht so viel Motivation. Wenn man mal ein paar Monate lang nicht ganz so viel Lust hat, dann ist das normal. Hält es allerdings an? Ist es vielleicht ein Indikator, dass man eine andere Sportart machen könnte? Ich habe ja vorher auch elf Jahre lang oder sogar noch länger eine andere Sportart gemacht und da war ich sehr froh, als ich danach Ballett gefunden habe. Also bei mir gab es auch so eine Übergangsphase, wo ich auch mal getournt habe und irgendwas habe ich noch gemacht, aber ist ja auch egal. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt Ballett gefunden habe, weil ich habe mich in dieser Sportart einfach gar nicht mehr wohl gefühlt und das hat keinen Sinn gemacht. Ich hätte da meiner Meinung nach, aber da war ich noch ein Kind, ja, wie gesagt, ich habe mit 17 mit Ballett angefangen, das heißt in der Sportart habe ich mit 13, 14 oder sowas aufgehört. Ich habe danach auch noch mal ein bisschen so Übungsleiter gemacht, aber da habe ich aufgehört und da hat man natürlich nicht dieselbe Entscheidungsfreiheit, wie jetzt, wenn man erwachsen ist. Aber das ist, das hätte einfach keinen Sinn gemacht, wenn ich da weiter gemacht hätte und das ist wirklich etwas ganz wichtiges Ballett, kann sehr viel Spaß machen, wenn man viele Sachen beachtet, zum Beispiel für mich, dieses nicht ganz so hohe Ansprüche haben, nicht den Anspruch haben, genauso gut zu sein oder genauso auszusehen wie eine professionelle Ballerina. Das kann sehr viel Spaß verderben, aber ansonsten macht mir das einfach Spaß und ich denke schon, dass das auf die eine oder die andere Weise was ist, was mich noch weitere 10 Jahre mindestens begleiten wird und ich sehe den Spaß, diese Freude, diese Erfüllung, diese Inspiration, wie man es auch immer nennen will, auch so ein bisschen als Leitfaden oder so als Richtungsweise, wo ich hingehen möchte. Wenn ihr euch noch an den allerersten Punkt erinnert, den ich euch gesagt habe, nämlich, dass ich froh bin, dass ich nicht den Weg zur professionellen Tänzerin eingeschlagen habe, da habe ich ja gesagt, ich hätte mir ziemlich sicher sein können und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass mir das gar keinen Spaß gemacht hätte, wenn ich dieses Ziel tatsächlich erreicht habe. Und deswegen weiß ich für mich, das, was mir viel Spaß macht, ist tatsächlich auch dieses Tänze selber zu erfinden, sage ich mal, oder Einfluss darauf nehmen zu können, was ich tanze, wie ich tanze. Also nicht so viel die Perspektive von einer Tänzerin, sondern eher die Perspektive von einer Lehrerin oder auch einer Choreografin und deswegen möchte ich mich da auch so ein bisschen in die Richtung bewegen. Ich bin ja schon Lehrerin, wie gesagt, aber diese Freude, die ich da dran habe, die gibt mir halt immer so ein bisschen den Weg vor. Und da ist es auch wieder so, ich habe mir auch überlegt, ja, soll ich jetzt, weil ich habe mein Studium jetzt beendet, also ich bin Master of Science, Masterin of Science, Physik, bin jetzt also mit meinem Studium fertig und ich habe mir auch überlegt, ja, wenn ich jetzt Choreografin werden möchte oder Tanzlehrerin werden möchte, sollte ich jetzt auch wieder so eine Ausbildung machen, es gibt Ausbildungen, es gibt Studiengänge, wo es dann wieder drei Jahre lang Vollzeit ist oder irgendwie sechs Jahre lang Teilzeit. Soll ich das jetzt machen oder sollte es mein Ziel sein, das zu machen? Und ich muss ganz ehrlich sein, für mich ist es momentan nicht dieses Ziel. Weil erstens kostet das Geld und das habe ich im Moment nicht. Ich möchte mich auch erstmal auf meinen Job und auf meine Karriere in Physik, sag ich mal, konzentrieren oder zumindest einsteigen. Aber ich habe auch für mich festgestellt, dass so diese lineare, diese lineare, wie soll ich sagen, dieser Ausbildungsweg, ähnlich wie der Ausbildung oder also die Ausbildung oder das Studium zur Tänzerin, dass das nicht ist, was ich im Moment möchte, weil das nicht das ist, was mir am meisten Spaß bringt. Und mir ist es halt besonders wichtig, dass ich, egal was ich mache mit Tanzen, dass das für mich etwas ist, wo ich auch Spaß und Freude da beziehen kann. Weil, wenn ich wirklich damit meine Brötchen verdienen muss, also Vollzeit Tänzerin, Vollzeit Choreograf, Vollzeit Tanzlehrerin, ich weiß oder ich fühle für mich, dass ich damit unglücklich wäre. Das heißt, so wie es momentan ist, gefällt es mir sehr gut und ich möchte noch viele andere spannende Dinge machen und ich bin mir auch sicher, dass ich in den nächsten zehn Jahren, die noch folgen werden, auch sehr, sehr viele spannende Dinge machen will im Bereich Choreografie, im Bereich Tanzpädagogik und auch im Bereich, ich sag mal, kreative Gestaltung. Also bei, ich habe jetzt zum Beispiel bei einer Serie schon mitgespielt oder bei zwei und so in die Richtung Schauspieler finde ich auch schön, aber da auch wieder eigentlich keine Ausbildung dafür. Also ich habe noch viel Zeit, ich bin ja noch jung. Auch vielleicht was, kleine Bonus am Ende, weil ich gelernt habe, für Ballett ist man nie zu alt, meine Ballettlehrerin ist 74 und tanzt immer noch. Natürlich kann man an sich nicht den Anspruch haben, mit 74 noch genauso gut zu sein wie mit 25, aber man ist nie zu alt. Wenn man lernt, mit seinem Körper umzugehen, kann man selbst im hohen Alter noch sehr viel Spaß damit haben. Bevor ich das Video jetzt beende, erst mal vielen Dank, dass ihr bis hier dran geblieben seid, möchte ich noch eine Frage an euch stellen und zwar, wie sieht es bei euch aus? Seid ihr selbst Tänzerin oder Tänzer? Habt ihr spät damit angefangen oder habt ihr als kleines Kind damit angefangen oder überlegt ihr vielleicht gerade damit anzufangen? Schreibt es wie gesagt gerne mal in die Kommentare und mich würde interessieren, was ihr aus eurer Ballett-Journey, aus eurem Ballettweg gelernt habt und ob es irgendwas gibt, was ihr vielleicht gerne gewusst hättet, als ihr angefangen habt. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!